Herzlich Willkommen beim InnoDeck Product Guide. Ich habe für dich heute wieder ein sensationelles Produkt vorbereitet und zwar unseren Ultra Clean. Man hat ja immer wieder mal Teile oder Oberflächen, die sich von Fett, Schmutz oder von anderen Verunreinigungen befreien bzw. entfernen will. Und da wird oftmals auch Nitro, Aceton oder Bremsreiniger verwendet. Nur diese Produkte haben einen wesentlichen Nachteil. Sie sind sehr aggressiv, greifen wir oftmals Oberfläche und lackierte Bereiche einfach an. Oder auch im Bereich Kunststoffe, Gummis und dergleichen, Ohrringe beschädigen wir dir das Ganze und ich habe dadurch einen großen Schaden. Und da haben wir für dich die optimale Lösung mit unserem Ultra Clean. Der, was alle Vorteile von dem Aceton oder auch von dem Bremsreiniger in sich vereint. Das heißt, Schmutz, Fett löst er perfekt innerhalb von kürzeter Zeit. Ohne dass er in irgendeiner Weise Materialien, Oberflächen, empfindliche Bereiche wie Gummis, Ohrringe und solche Dinge in keinster Weise angreift. Und dazu schauen wir uns jetzt gleich ein paar Anwendungsbilder an, damit man das auch noch ein bisschen besser sieht, wie das alles genial funktioniert. Da haben wir jetzt eine Holzbearbeitungsmaschine, wo einfach leichte Harz, Rückstände und solche Sachen auch da sind, beziehungsweise Staub und Schmutz. Kann ich optimal mit dem Ultra Clean einfach und schnell entfernen. Wunderbar natürlich auch, wenn ich verschiedenste Zahngrenze oder Zahnräder und dergleichen habe, die, was ich neu schmieren und fetten will. Davon mit dem Ultra Clean wunderbar zu entfernen. Das gleiche gilt natürlich auch bei Ketten, Motoralketten, auch da habe ich Gummis und kleine Ohrringe, wo ich aufpassen muss, geht mit dem Ultra Clean einfach und schnell. Und auch verschiedenste Transportketten und dergleichen kann ich auch wunderbar von Fett und Schmutz entfernen, optimal mit dem Ultra Clean. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt noch ganz kurz in einem kleinen Beispiel an. Und zwar habe ich hier so ein Plexiglas vorbereitet. Da ist es ja immer wieder einmal so, dass das sehr empfindlich ist. Da kann ich nicht einfach mit einem Bremsreiniger oder etwas drüber gehen. Oder auch, was meistens sehr, sehr schwierig ist, irgendeine Eddingstifte, wenn etwas gekrennt ist oder etwas markiert worden ist, das einfach und schnell zu entfernen. Und genau für das ist der Ultra Clean genial geeignet. Das heißt, ich gehe einfach her, ein bisschen was aufsprühen aufs Töcher und dann gehe ich da einfach drauf und man sieht schon, es ist innerhalb von kurzer Zeit abgelüftet, beziehungsweise der Eddingstift ist einfach und schnell entfernt, ohne dass das Plexiglas angreift. Ja, das war es soweit wieder von mir. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Gelingen mit unserem Ultra Clean. Für weitere Informationen stelle ich natürlich gerne unser Anwendungstechniker mit Rat und Tat zur Seite. Oder genaue Informationen haben wir selbstverständlich auf unserer Homepage unter www.innotec.at. Danke für dich und bis zum nächsten Mal. www.innotec.at